Ich heiße Martina, ich habe Arzthelferin gelernt, habe aber dann umgeschult als Modeberaterin und der Beruf hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch relativ gesund. Ich bin jahrelang geritten, bin viel unterwegs in der Natur gewesen. Dann kam der Tag X, wo mir mein Hausarzt gesagt hat, dass er mich impfen lassen muss, sonst kann er mich nicht mehr weiter behandeln. Hat mich aber nicht aufgeklärt, was für eventuelle Folge eine Impfung haben kann. Es hat nur geheißen, ich muss mich impfen lassen. Ich wurde mit BioNTech-Pfizer geimpft. Es kann sich ein gesunder Mensch wirklich nicht vorstellen, was ich erleiden muss. Ich bin ein Krüppel geworden, ich habe keine Lebensqualität mehr und ich bekomme keine Hilfe.